So, dann da mal weiter! Is this good? What did you say? Of course it is! Only one heart exists per person, so normally a person can only have one persona. But this? This is incredible! That ability will give us a huge advantage in battle! Alright, try to do that even more if the opportunity arises. You better help out too, Skull! Alright! Hell yeah! We'll hold every last one of them up! During a holdup, you can negotiate with any enemy shadow. If you succeed in the negotiation, you may sometimes gain a new persona. The decision between defeating your foes quickly with all-out attacks or negotiating to gain personas or other rewards will be a crucial one. I like you even more now! I really do have someone special on my hands! Okay, also, ähm, ja, also irgendwie war das eine Negotiation, die ich da geführt habe, bei der ich aber nur die Hälfte verstanden habe von dem, was da eigentlich passiert ist. Und deshalb nicht so richtig wusste, was... worum das Gespräch eigentlich ging. Also man muss sich dann da irgendwie ein bisschen... ...in einem Gespräch durchkämpfen, bis man die irgendwie überzeugt. Aber wie genau... ...habe ich zumindest in dem Moment in der Szene nicht verstanden. Hm? Hm? I don't know why, but something feels off about this hallway. Ähm, there's nothing we can do here right now. Let's try elsewhere! Irgendwie war doch Entdeckung gehen, aber das ist hier gar nicht... geht hier gar nicht. Treasure chest spotted! Let's open it! I'll reveal your true form! Ambush! The first move is ours! I don't see a weak spot. Sildjahn können nicht fallen lassen. Dann probieren wir doch einfach mal ein bisschen... ...aus. Machen wir mal mit... ...Strom. Oh, da haben sie eine Resistenz gegen. Was hat er? Wind. Oh, das hat sie ganz schön abgehauen, aber sie haben keine... Ne, Electric ist eher... sind sie eher immun gegen, wie wir gesehen. Steht das jetzt dann schon auch gleich da? Hier, das ist eine Stärke. Dann machen wir mal einfach einen Attack. So, dann kommen wir... Äh... Den hab ich jetzt standardmäßig drin. Ah ne, Moment, ich will... genau, ihn würde ich haben. Arsene! Und er hat eine Curse, ein Curse Damage. Wir machen mal aus. Na, hat gereicht. War aber kein Weakness. Oder ist das egal, wenn man die dann... ...voll erwischt? So geil, dass die... ...an dem Kreis laufen. Einfach so... Hm, ja, jetzt hier. Ich laufe halt im Kreis. Okay. Surprise Attack! So, wen haben wir da? Diese sind neu. Moment. Oder hab ich die? Ah, Wind. Und ich glaube, er hat... Äh, genau. Wind haben wir. Sack. Weak. Hold up! Was ist denn Breakformation in dem Fall? Please, let me live! Have mercy! Na gut, dann reden wir mal. Let me your power! Haha! Then let's talk, hm? If we are on the same wavelength, I'll think about it, hm? What do you want me to... What do you want me to... What do you want me to... What do you want with me, Zoram, hm? Hey, oh. Now I know. You've come from some other company to scout me, hm? There's no mistaking it. You got me. I know you've come all this way, but I've been... But I've decided to stay where I am for all eternity, hm? Uh, you don't think I just speak like a dummy, do you? To tell you the truth, this is all an act, huh? Uh, what do you think I'm really like? I can't imagine. Don't care. You're fine as is. Yeah, I know, huh? I'm worried. Don't offer enough variety, hm? I feel like we are similar, huh? I remember now. I'm not a shadow here, huh? I live in the sea of the human heart. I'm Jack-O-Lantern. I'm you, and you're me. ... Okay. Aber die muss ja auch hochleveln, die krieg ich ja gar nicht alle hochgelevelt. Das ist ja blöd, wieso ist denn er als erster dran? Ich kann jetzt nicht... Nee, ich kann nicht wechseln. Noch mal einen normalen Angriff. Zack. Der müsste aber... Light Curse? Light Physical? Nee. Möchte, wenn dann... Jetzt hab ich ihn auch. Ich möchte sie... Und Electric drauf. Zack. Ich levelte auf. Okay. Okay. Silver Dagger. Was auch immer ich damit mache. Muss ja eh dann mal ein bisschen die Menüs anschauen, Inventar und so ein Zeug. Es ist eine hazy looking door. Uh... Das ist das Ding, eh? Was ist es? A safe room. Wir können unsere Strategie darüber diskutieren. Es gibt viele Plätze, die ich hier nicht weiß. Ah... Abspeichern. Das ist das Ort von früher. Was ist mit dieser App? Ich habe nur gesagt, was Sakamoto sagte, und ich habe... Prinzessin? Huh? Prinzessin! Ah! Aren't there even more Shadows here than before? Just getting this far has been a real pain in my ass. It's all because you guys provoked Kamoshida, you know. Still... He seems to be awfully on guard. Anyways, how are we supposed to steal that treasure thing? Don't be so hasty. First, we'll need to secure an infiltration route. A what? A path to the treasure's location. But honestly, I think we'll need a little more manpower in order to accomplish this. At the very least, one more person would be nice. Hey, you say you don't have your memories and all, but somehow you still know about that kind of stuff? Do you think this thing's really got amnesia? It's suspicious. That's what you think of me? You sure talk big, but what if it turns out you're just some stray cat in the end? That can't be. Still, why was a princess in such an odd place? Princess? I could have sworn we were pursuing the readings of an intruder. It doesn't matter now. We must take her back to King Kamoshida. Who's this princess they're talking about? I should probably look into this. And yet another question goes unanswered. Stuff like the castle and that navigation app are mysterious. But Morgana's got them both beat. Remember, code names. Oh crap, sorry. What was I again? Oh yeah, skull. This is bad. That was fast. Your friend, Lady On. She's been taken by shadows. Wait, what? We sent her home earlier. If Lady On does indeed have the app, it could be possible. Oh no. Don't tell me it got put on hers just like mine. Damn it. We let her out for her own safety and she just came back in by herself. Damn it. Damn it. We don't got time to be taking a break. We need to hurry and rescue her. I should write something. But I can now just save her. Thank you. Follow me. I guide you. Okay, let's go. She's just past that dining room looking place. Let's go. Is this something to film me? Who the f- where is she? I'll repeal your true form. Where are you? Where are you? I'm going to go in the first move. I'll repeal your true form. Where are you? The first move's up. The fire attacks are useless. Also Feuer nicht, aber was ist denn das Grüne, das Blaue und das andere? Keine Ahnung. War jetzt nicht der Hammer, aber besser als nix. War Wind dabei? Ja, Wind ist in der Schwäche. Hauen wir den mal runter. Jetzt wollen wir jetzt mal ein Item von ihm holen. I want an item. Oh, I already partied. From the start. I don't mind helping you out. You want items, huh? Ah, I come to... I'm sorry, King Kamoshida. As for you, I'm not going to forget this, huh? Benjamin has retreated. Kriegt man dann trotzdem mal Erfahrungspunkte? Jemand kriegt wohl weniger Erfahrungspunkte. Okay. So, jetzt schauen wir mal kurz ins Menü rein. Jetzt will ich mal ein bisschen wissen, was hier so Sache ist. Also, wir haben hier unsere drei Figuren. Wir haben hier den Leader und der hat als Fähigkeit das Dia. Damit kann er sich ein bisschen heilen. Und ich will jetzt zum Beispiel den hier heilen. Zack. Okay. Zack, dann gehe ich wieder zurück. Dann hat er keine Skills und der hat auch den Highest Skill, aber mehr haben sie jetzt so noch nicht. Equip. Warte mal. Mein Gott. Hahaha. Also. Hier habe ich... Fritz hat als Melee Weapon ein Rebel Knife. Und ich könnte wählen einen Rebel Dagger. Der ist besser. Silver Sword. Splend. In its Ornamentation. Und das macht mehr Schaden. Und das ist genauso akkurat. Zack. Dann wechsel ich den jetzt mal ein. Ich habe hier nur die Pistole. Da habe ich nichts. Hippegasus habe ich. Okay. Outfit habe ich nur das eine. Kann ich ihm dann jetzt... Ah, okay. Das scheint an die Figuren gebunden zu sein, was wir haben. Ein Bandit Sword. Das ist recht schwach. Aber zumindest... Mein Slingshot ist recht stärker zumindest. Fritz hat zumindest jetzt eine ganz gute Nahkampfwaffe. Würde also auch mal ohne Energie gehen. Die Frage ist, wie man die eigentlich wieder hochpusht. Also diese saubere Energie. So jetzt haben wir hier... Items. Die sind unabhängig von den Figuren. Die sind in einem geteilten Inventar. Medicine macht 50 Lebenspunkte. Und Exorcismus. Wasser. Purified. Holy Water. Lifts all stats. Debuffs for all allies. Also das haut alle Debuffs weg. Hier haben wir Materialien. Silk, ja. Eine Bundle of Silk Yarn. So. Zack. Dann haben wir die Personas. Davon haben wir... Achso. Ah, okay. Die Personas sind... Und ich kann scheinbar immer nur 6 dabei haben. Die Personas sind... Nur... Beim Joker auswählbar. Die anderen haben halt ihre eine feste Persona. Die sie... Ja, einfach dabei haben. Und man kann die leveln. Warum ist das jetzt blau? Und die beiden sind... Äh... So weiß. Das ist ein Zauberer. Das ist ein Fool. Das sind Lovers. Okay. Wenn ich jetzt mal ansatzweise wüsste, was das bedeutet... Zwei Background. Friendly fairies of the forest that tend to hide from humans. They like to play tricks on the last people. It is said that they are the souls of dead, unbaptized children. So we're here... Being based on the main characters of... Achso, we're now this is... To trick the devil out of taking him to hell. When he refused entry to heaven, he was forced to wander the earth with only an amber as a light. Okay. Haha. So. Witzig. So. Dann haben wir hier... Was machen wir denn mit dem Arrange? Da kann man das dann umändern, oder wie? The already wearing pixies mask. Oh, ich würde jetzt gerne... Ich würde noch gerne die Fähigkeiten quasi durch checken. Stats. Also was genau das... Das muss ich mir doch... Moment, das muss ich mir doch irgendwo angucken können, was die genau machen. Und... Background ist ja nur so die Hintergrundinfo. Moment, ist da noch irgendwas? Äh, 2 summoned. Normal. Okay. Action. Achso, dann macht sie ihre Bewegung. Moment, dann schauen wir das doch mal kurz bei den anderen an. Ah, wenn die... Summoned sind, dann leuchten sie so. Äh, so. Und jetzt? Wie komme ich denn jetzt irgendwie in diese Liste von Fähigkeiten rein? Das würde ich mir doch in Ruhe irgendwie anschauen können. Ist doch komisch. Hm. Ist das... Das heißt, das ist auch falsch. Komisch. Nein, vielleicht können wir das nur im laufenden Spiel machen. So, hier haben wir jetzt... Stats. Tactics. Change all. Direct commands. Act freely. Ach, man kann sogar denen sagen, hier ähm... Kämpft nach eigenem Wissen und Gewissen. Das ist ja geil. Aber man steuert sie halt direkt. Ist ja witzig. Okay. Okay. Wenn man das nicht will, kann man es quasi überspringen. Okay, hier kann ich mir dann mal angucken, was er für eine... Genau, hier sind meine ganze Personas drin. Hier kann ich gucken, was... Oh, äh... Ryuji. An, äh... Wer ist? Skull the Chariot. Was er an Personas hat. Hier haben wir auch seine Werte. Und ich kann aber wieder nicht sehen, was das eigentlich für Angriffe sind. Er hat zum Beispiel auch einen Schutz gegen, ähm... gegen Blitz. Wahrscheinlich war er auch Blitz-Angriff hat. Und er ist aber schwach gegen Wind. Er hat eine Schwäche gegen, ähm... eine Schwäche... also eine Anfälligkeit für Wind-Angriffe. Das ist ein bisschen lustig, wenn man denkt, dass, äh... der doch als Pirat so mit Wind eigentlich ganz gut mit Wind und Wetter auskommen müsste. Und er hier, der Magier, gibt mir Schutz gegen... Äh... Was ist denn das Grüne? Keine Ahnung. Warte, warte, das Grüne ist Wind. Genau. Und er ist aber schwach gegen Blitz. Okay. Na gut, da wird man sie wahrscheinlich nach und nach gewinnen. Dann haben wir hier noch diese Confident. Arcana. Fule. Prison Master Rank 1. Und Chariot. Ryu... äh... Ryuji. Sakamoto. Was kann ich jetzt da machen? Das sind meine Verbindungen zu ihnen, oder? Okay, das ist das... Was das jetzt irgendwie für eine Auswirkung hat, ist... Keine Ahnung, sehe ich noch nicht ganz durch. Über den Kalender. Da haben wir noch keine Jobs. Naja, das wird schon irgendwie... Wird das schon irgendwann dann verstehen können. Aber von da sind wir ja gekommen. Das brauchen wir eigentlich nicht nochmal machen. Ich bin gespannt, wie sehr das Spiel später einen dann nochmal zurücklaufen lässt, damit man seine Figuren hochlevelt. Ob man immer mal wieder... Ob ich quasi... So... Äh... Where are we going? That's not the right way. Oh, ist das nicht der... Okay. Ne, ob ich nämlich später... Ähm... Immer mal wieder, so wie bei Final Fantasy, ein paar... Ja, Runden nehmen muss, um meine Figuren hochzuleveln. So, das ist neu, oder? Genau, das wissen wir noch nicht. Probieren wir einfach mal aus. Also Elektroschlag drauf. Oh, da ist er sogar resistent gegen. Dann haben wir... Wind. Nehmen wir mal Wind. Ähm... Das ist normal. Irgendwas hat er hier für eine... Electric hatten wir schon ausprobiert. Dann nehmen wir mal lieber nur eine normalen Attack, damit wir ihn nichts verbrauchen. So. Oh, das ist eine. Gut, das ist jetzt nur geheilt. Dann schauen wir doch mal... Also, Electric mag er nicht so. So. Dann nehmen wir doch... Curse. Mh, beeindruckt ihn nicht. Ah, okay. Der klaut den Lebensenergie. Verstehe. So. Hast du irgendwas? Heil dich mal. Und du kannst eigentlich auch nur normal angreifen, weil dein Angriff bringt soweit jetzt erstmal nichts. Jetzt schauen wir doch mal... Ganz normale Physical Damage. Oh Mist. Das bringt alles nichts. Dann machen wir mal Attack. Dann machen wir mal Attack. What the fuck Joker? So cool, dass er das immer alles so kommentiert. Mona. Codename Time. Neuer Skill für Yuji. Long. Ah, okay. Okay, noch mehr Skills. Ob man die Personas quasi, wenn die alle Fähigkeiten haben, ob das das dann war, also ob es dann... Ob man sie da nicht mehr hochleveln kann, dass man immer wieder so einen Anreiz hat zu sagen, okay, jetzt tausche ich mal eine andere Persona rein oder ob man die unendlich hochpushen kann. Wie war das jetzt bei denen? Die sind gegen Blitz, aber bei Wind waren sie empfindlich gerade. Was haben wir denn jetzt hier? Cure, Dizzy, Forget, Sleep, Hunger for... Okay, das sind Heil-Geschichten. Gucken wir mal mal Wind kurz aus. Nur normaler Schaden. Und sie waren... Und Blitz war ihre Stärke, aber hier haben wir Physical Damage. Machen wir auf den. Oh, der war gut. Skull, gib mir mehr! Ja, jetzt nehmen wir einfach mal einen normalen Angriff. Sie waren alle Fähigkeiten, die zufrieden. Wer ist nächstes? Nur was ich von dir erwartet hätte, Joker. Okay. Muss ich ja gestehen, ich hasse diese Endsequenzen mit meinen JRPGs. Das ist total nervig. Ach, schau mal einen an, jetzt ist sie offen. This way! Oh, haben sie einen? Schau, ich will mich entschuldigen, dass ich die Armour mit mir ohne Verlust. Sie hat total nicht gebraucht. Lass uns schnell. Wir müssen sie retten. Jetzt dann. Are you ready? I'm good to go. Let's go. What's all this about? Seriously, I'm gonna call the cops! So, this is the intruder. Kamoshida? Who's that? More importantly, what is this place? Why's the school turned into something like this? I can't believe you mistook my aunt for someone like her. Are you afraid? What is that outfit? Have you lost your mind? I do as I please here. After all, this is my castle. The world of my desires. What the? Wait. Is this some red light district? What a lively slave. This isn't funny! Enough of the bullshit, Kamoshida! The girls decided to tell me off. What do you think of that? Talking back is like... Totally unforgivable. In that case... She should be executed. Now then, how should I play with you? Shall I tear you into little pieces? Are you kidding me? This is effed up. Is that what he thinks of the girls on the volleyball team? Hey, that's... Takamaki! Just when I was about to start enjoying myself. What's the deal with this guy? You little... How many times are you gonna come back? I bet you just like those thieves. You came because you're pissed at me, huh? But... I forget that chick's name. But it's your fault she jumped, you know. Huh? You were so reluctant to throw yourself onto me that I had her take your place. You bastard! No! Take one more step and I'll kill her on the spot. Dammit! Just sit back and enjoy the Dismantlement Show. No! Don't! Maybe I'll start with her clothes. You're such a perv! Hey! What are we gonna do? Takamaki! Is this... my punishment for what happened to Shia? That's more like it. You should have looked like this from the start. Shia! I'm so sorry. Don't give in. Huh? You're right. Letting this piece of shit toy with me. What was I thinking? It's like I always say. Slaves should just behave and... Shut up! I've had enough of this. You pissed me off, you son of a bitch! You show him. Now, it's taken far too long. Ooh. Tell me, who is going to avenge her if you don't? Forgiving him was never the option. Such is the scream of the other you that dwells with me. I am Thou. Thou art I. We can finally forge a contract. I hear you, Carmen. You're right! No more holding back! There you go. Nothing can be solved by restraining yourself. Understand? Okay, then I'll gladly lend you one straight. Haha, cool. You know what? I'm not some cheap girl you can toy with. You scumbag. Bitch! You stole everything from Sheikho. You destroyed her. Now it's your turn. I will rob you of everything! How dare you! Enough of your insolence! Hola! No, I've had enough of you. No one's gonna stop me now. Let's go, Carmen! Let's give them hell! Come on, Carmen! Let's give them hell! Das ist ein bisschen Catwoman-mäßig, ne? Auch mit dem kleinen Schwanz da hinten und mit dem ganzen Lack- und Lehneanzug. Naja, ich würde mal sagen, den Kampf machen wir jetzt hier in der nächsten Folge. Denn wenn ich jetzt richtig geschaut habe, die Uhr sagt, die Uhr sagt, ja, die Folge ist ganz gut voll. Also, dann im nächsten Kampf sehen wir mal, was Carmen so anrichten kann. Also, bis dahin, ciao!